Die Knaben mit den goldenen Sternlein Es war einmal ein junger Graf, der erkannte, so schön er auch war, die Liebe noch nicht und hatte daher den Vorstellungen seiner Mutter und seiner Freunde, sich zu verehrlichen, noch nicht Raum gegeben. Er fand aber Vergnügen daran, bei Nacht im Dorfe herumzuschleichen und die jungen Burschen und Mädchen zu belauschen, was sie in ihren Spinnstuben trieben, sangen und sagten. Einst nun hörte er ein Gespräch, von dem er selbst der Gegenstand war. »Oh, wenn sich unser guter Graf eine Frau nähme«, sagte das eine Mädchen, »so wollte ich, wenn ich's würde, ihm die leckersten Speisen kochen.« »Und ich«, fiel eine zweite ein, »wollte ihm seine Kinder recht gut warten und pflegen.« »Ich aber«, sprach die dritte, »wollte ihm zwei Knäblein bringen, wenn er mich zur Frau nähme, die sollten goldene Sternlein auf der Brust tragen.« Die anderen lachten, der Graf aber hatte allerlei Gedanken und ging auf sein Schloss. Am anderen Tage ließ er die drei Mädchen rufen, und sie mussten ihm alles noch einmal sagen, was sie gestern miteinander über ihn gesprochen, wenn er eine Frau nähme. Die letzte weigerte sich lange, denn sie schämte sich. Als sie aber endlich ihren kühnen Wunsch bekannt, nahm sie der Graf freundlich bei der Hand und sprach, »Du sollst meine Frau sein, wenn du mir zwei Knäblein gebierst, so wie du gesagt hast. Wo aber nicht, so will ich dich mit Schmach aus meinem Schlosse jagen.« Das Mädchen willigte ein, denn sie war freudigen Mutes und trug eine verborgene Liebe zu dem Grafen in ihrem Herzen. Die Hochzeit ward demnach begangen, obgleich die alte Gräfin sehr sauer dazu sah. Als nun einige Monde vergangen waren und die junge Gräfin sich guter Hoffnung fühlte, begab sich's, dass der Graf in ferne Lande ziehen musste, und er bat seine Mutter, die gegen ihre Schwiegertochter alle Freundlichkeit erheuchelte, ihm alsbald zu schreiben, wenn seine Gemahlin geboren haben würde. Die schwere Zeit rückte heran, und die junge Frau genass zweierholder Knäblein, die trugen goldene Sternlein auf der Brust. Sie war aber so erschöpft, dass sie lange in Ohnmacht lag. Als sie nun erwachte und nach den Kindlein fragte, sagte man ihr, sie habe zwei ungestallte Katzen geboren, die man ersäuft habe. Darüber jammerte sie sehr, mehr als über das Unglück, das nun folgte. Schmachvoll ward sie aus dem Hause gewiesen, wie eine Bettlerin, und niemand erbarmte sich ihr als ein Diener. Der vertraute ihr heimlich, dass sie zwei schöne Knäblein mit goldenen Sternlein auf der Brust geboren habe. Sie seien ihm in einem Korb mit dem Befehl übergeben worden, sie ins Wasser zu werfen, da es Katzen seien. Er habe aber den Korb geöffnet, und da ihm die unschuldigen Würmlein gedauert, habe er sie einer Mume zur Erziehung übergeben. Darüber freute sich die Verstoßenen ihrem Schmerz sehr, dankte dem mitleidigen Menschen vieltausendmal, eilte zu ihren Kindern und lebte mehrere Jahre in verborgener Einsamkeit mit ihnen. Die Knäblein wuchsen heran und wurden immer schöner. Die arme Frau dachte wieder an ihren Gemahl. Wenn er die Knäblein sähe, würde er alles gut machen, was seine böse Mutter an ihr verschuldet. Da träumte ihr, sie solle unter einen großen Lindenbaum am Kreuzweg gehen. Dort werde sie einen Haufen Leinknoten finden. Mit denen solle sie sich die Taschen füllen, aber ja nicht mehr nehmen und dann nach Portugal gehen, wo ihr Gemahl in den Liebesnetzen einer Zauberin oder Fee verstrickt sei. Die Frau ging an den Baum, fand die Leinknoten und füllte sich die Taschen damit an. In einem Walde wurde sie von Räubern überfallen und ganz ausgeplündert, sodass sie keinen Pfennig behielt. Sie musste sich durch Betteln weiterhelfen, ihre Füße waren blutig gerissen und noch war ihres Weges kein Änder. Da tröstete sie abermals ein Traum in ihrem Elend und verhieß ihr endliches Gelingen. Einst bettelte sie an der Pforte eines schönen Schlosses. Die Edelfrau sah ihre Knaben und war von ihrer Schönheit aufs Höchste überrascht. Sie bat die arme Frau um einen ihrer Knaben und versprach ihr dafür, jede Bitte zu erfüllen. Der Armen ginge schwer an, eines ihrer Kinder zu missen, aber sie willigte endlich doch ein und bat dagegen um das goldene Spinnrädchen, das die Edelfrau eben vor sich stehen hatte. Diese wunderte sich über das Verlangen, gab jedoch das Rädchen hin und einer der beiden Knaben blieb bei ihr zurück. Die arme Frau war weiter und weiter gegangen und musste sich endlich auch noch von ihrem zweiten Knaben trennen, für den sie ein goldenes Weiflein erhielt. Diese beiden Kleinodien verwahrte sie sehr sorgfältig und setzte ihre beschwerliche Wanderschaft fort. Nach unendlichen Mühseligkeiten kam sie denn doch in Portugal an und kam an das Schloss, wo ihr Gemahl wohnte. Die Diener erzählten ihr, ihr Herr sei verheiratet, aber noch niemand habe das Antlitz seiner Gemahlin gesehen, da sie nur nachts im Schlosse sei und des Tages wisse niemand, wohin sie gekommen. Als nun die Sonne untergegangen war, schlich sie sich in den Schlossgarten, setzte sich unter das Fenster der Gräfin und drehte ihr Spinnrädlein, dass es wie ein Stern durch die Nacht leuchtete. Dies sah aber die Zauberin, welche die Gemahlin des Grafen war, und trat zu der Frau und fragte sie nach dem seltsamen Spielzeug. Die Frau bot es ihr zum Geschenk an, wenn sie ihr dafür eine Bitte gewähre. Sie bitte nämlich, eine Nacht bei ihrem Gemahl bleiben zu dürfen. Die Frau wunderte sich darüber sehr, willigte jedoch ein. Heimlich aber gab sie dem Grafen einen Schlaftrunk, sodass er die ganze Nacht nicht erwachte und die verzweifelte Frau an seiner Seite den Morgen heranbrechen sah, wo die Zauberin sie abholte. Den nächsten Abend aber saß sie wieder vor dem Schloss und drehte ihr goldenes Weiflein. Die Zauberin kam wieder und musste ihr dieselbe Bitte gewähren. Diesmal hatte sie es versehen und ihrem Manne den Schlaftrunk nicht stark genug gemischt. Ehe der Morgen anbrach, erwachte er daher, wunderte sich, die abgemagerte, verkümmerte Frau neben sich zu finden, die nun vor ihm ihr ganzes Herz ausschüttete. Da ergriff den Grafen eine namenlose Sehnsucht nach seinen Kindern und er versprach ihr, sie wieder als seine Gattin anzuerkennen. Dann stellte er sich schlafend, als die Fee kam und die Frau von Dannen führte. Der Fee aber erzählte er, er habe einen sonderbaren Traum gehabt. Ein Mann habe irrtümlich seine Gattin verstoßen und eine andere gefreit. Die erste aber habe ihn aufgesucht mit Aufopferung ihres Leibes und ihrer Schönheit. Was der Gatte nun tun solle, wenn sie ihn gefunden? Dann muss er sich von der zweiten scheiden und zu der Treuen zurückkehren, sprach die Fee. Du hast ein Urteil gesprochen, antwortete der Graf und erzählte ihr alles, was geschehen war. Da trennte die Fee sich schmerzlich von ihm. Der Graf aber kehrte mit der treuen Gattin in die Heimat zurück, nachdem er seine Knäblein ausgelöst. Die böse Mutter durfte ihm nicht wieder vors Antlitz kommen. Die Gattin dagegen hielt er lieb und wert. Den mitleidigen Bedienten belohnte er reich. Die Knaben mit den goldenen Sternlein wuchsen heran zu der Elternfreude und wurden später wackere Kriegshelden, die viele Schlachten schlugen und gewannen. Des Hundes Not Es war ein Hund, der lag hungrig und kummervoll auf dem Felder. Der sang über ihm eine Lerche ihr wonnigliches Liedlein mit süßem Ton. Als der Hund das hörte, da sprach er Oh, du glückliches Vögelein! Wie froh du bist, wie süß du singst, wie hoch du dich aufschwingst! Aber ich, wie soll ich mich freuen? Mich hat mein Herr verstoßen, seine Türe hinter mir gesperrt. Ich bin lahm, bin krank, kann kein Essen erjagen und muss hier Hungers sterben. Wie die Lerche den hungrigen Hund also klagen hörte, flog sie nahe zu ihm und sprach Oh, du armer Hund! Mich bewegt dein Leiden! Wirst du mir es auch danken wissen, wenn ich dir helfe, dass du satt wirst? Womit, Frau Lerche? fragte der Hund mit matter Stimme und die Lerche antwortete Sieh, dort kommt ein Kind gegangen, das trägt Speise zu jenem Ackersmann. Ich will machen, dass es die Speise niederlegt und mir nachläuft. Indes gehst du hinzu und issest den Käse und das Brot und stillest deinen Hunger. Der Hund bedankte sich für dieses freundliche Anerbieten und die Lerche flog nun dem Kind entgegen und begann es zu äffen. Bald lief sie vor ihm, bald flatterte sie auf dieser, bald auf jener Seite, bis das Kind dachte, die Lerche muss ich fangen und zumal stellte die Lerche sich Flüge lahm und ließ einen ihrer kleinen Fittiche hangen wie gebrochen. Das Kind griff oft nach ihr, aber es haschte vergebens mit der einen Hand und da legte es sein Tüchlein nieder, darin es das Essen trug und lief der Lerche nach, die immer voran in einen Grund flog. Indessen erhob sich der Hund, hinkte nach dem Tuche und schnüffelte hinein. Da lagen ein Stück Brot, ein Quarkkäse und vier gute Eier. Die fraß er ungesotten und ungeschält und den Käse undrang schiert und das Brot nahm er mit von Dannen, als er fortkroch und sich in dem Korn versteckte. Die Lerche, als sie merkte, dass der Hund sein Teil hatte, flog in die Lüfte und sang lustig. Das geäffte Kind aber verwünschte sie und noch viel mehr, als es sein Tüchlein leer fand. Weinend ging es zurück zu seiner Mutter und ob es Schläge bekommen hat, weiß ich nicht. Es wird aber wohl etwas dergleichen abgefallen sein. Die Lerche flog zum Hunde hin und fragte ihn, wie er sich jetzt befinde. Er sagte ihr schönen Dank und nie sei ihm wohler gewesen. Nur eine Bitte, Herzliebe Frau Lerche, habe ich noch auf dem Herzen, sprach er. Wer satt ist, der ist gern froh. Oh, bitte erzählet mir noch etwas, davon ich ein wenig lachen und lustig werden mag. Und da flog die Lerche voran und der Hund folgte ihr zu einer Scheune, auf deren Dachboden man von der Erde leicht gelangen konnte. Da hinauf hieß die Lerche den Hund steigen und hinuntersehen, denn der Boden war schadhaft und durchgebrochen. Unten auf der Tenne standen zwei Kahlköpfe, die Droschen. Da setzte sich flugs die Lerche dem einen auf die Glatzer und flugs klapste der andere mit der Hand drauf, vermeinend die Lerche zu fangen. Das kluge Vöglein war aber schneller als er und flog zur Seite. Nun, Geselle, was soll das? Was schlägst du mich? fragte der erste Kahlkopf den anderen. Der entschuldigte sich, dass ein Vöglein sich jenem auf den Kopf setzte. Dieses habe er erhaschen wollen. Habe der Klaps wehgetan, sei es ihm leid. In dem setzte sich die Lerche auf die Glatze dessen, der eben sprach. Und da schlug gleich der andere hin mit einem so harten Hieb, dass der Kopf gewiss zersprungen, wenn er von Glas gewesen wäre. Wenigstens brummte er dem Geschlagenen tüchtig und nun ging gleich das Schelten los und beide Drescher warfen ihre Pflege hin und wollten einander in die Haare. Weil sie nun keine Haare hatten, so konnte keiner dem anderen welche ausrufen. Und so kratzten sie einander auf die Glatzen statt des Raufens, dass das Blut danach lief und stießen sich hart. Da ging es Glatz wieder Glatz und Kratz wieder Kratz. Auch zerrten sie sich an den Ohren und darüber musste der Hund so unbändig lachen, dass ihm ganz weh ward und er weder liegen noch stehen konnte. Und da purzelte er vor Lachen von dem Boden hoch herunter, den Dreschern gerade auf die Kahlköpfe, dass sie stutzten, denn der Hund war schwer und diese Art, Haare auf den Kopf zu bekommen, kam ihnen spanisch vor. Sie wandten ihren Zorn gleich vereint gegen den Hund und da sie Drescher waren, so droschen sie ihn so lange, bis er mit Ach und Krach durch ein Loch in der Scheunenwand und durch den Zaun fuhr, wobei ihm nicht nur das Lachen, sondern schier Hören und Seen verging. Ganz mürb und marode legte er sich in das Gras hinter dem Zaun und da kam die Lerche geflogen und fragte, »Edler Herr, wie befinden Sie sich?« »Ei, Frau Lerche«, ächzte der Hund, »ich habe vollauf genug. Ich bin ein ganz geschlagener Mann. Ich glaube meiner Treu, ich habe gar keinen Rücken mehr. Die Drescher haben mir das Fell bei lebendigem Leid abgeschunden und gegerbt.« »Ach, soll ich länger leben, so muss ich einen Wundarzt haben.« »Wohl und getrost, ich hol dir auch den, so es irgend möglich ist«, sprach die Lerche und flog von dannen. Bald fand sie einen Wolf. Den redete sie an. »Herr Wolf, ihr habt wohl gar keinen Appetit?« »Ach, Frau Lerche«, ward ihr zur Antwort. »Was das betrifft, so kann ich mit Wolfshunger dienen.« »Nun, wenn ihr es mir danken wollt«, sprach die Lerche weiter, »so wollte ich euch wohl weisen, wo ein feister Hund liegt, der euch kaum entrinnen wird.« »O, meine edle Königin, wie gnädig ihr seid«, schmeichelte und schmunzelte der Wolf und leckte sich die Zähne. Die Lerche flog vor ihm her und er folgte ihr. Und wie sie zu dem Hund kam, redete sie ihn an. »Nun, Geselle, schläfst du? Willst du nicht den Arzt sehen? Richte dich auf, dort kommt der Doktor.« »Wo?« »Frau Lerche, wo?« fragte der Hund ganz müde. Aber als er den Wolf sah, da schrie er, »Nein, Frau Lerche, nein, diesen Doktor nicht! Haltet ihn zurück! Ich bin gesund!« Und mit einem Satze war der Hund auf den Beinen und fort, als flöge er davon, dass ihm kein Zaun zu hoch und kein Graben zu breit war. Gott überall Es waren ein paar Geschwister, hießen Görgel und Lieschen, seelengute Kinder. Die blieben einmal ganz allein zu Hause. Ihre Eltern waren über Feld gegangen und trugen Körbe, die sie von Weiden geflochten hatten, zum Verkauf in die Stadt. Zwar hatten die guten Eltern ihren Kindern, Görgeln und Lieschen, jedem ein ziemliches Stück Brot gegeben, davon sie sich diesen Tag über nähren sollten, allein bald hatte Görgel seines aufgezehrt und verspürte noch Esslust, hatte aber nichts mehr zu brocken und nichts mehr zu beißen. Lieschen gab ihn ein wenig von ihrem Brot, doch auch dieses sättigte den Jungen nicht ganz. Und er fing an, mit schelmischen Schmeichelworten zu seinem jüngeren Schwesterchen zu reden. Komm, lieb Lieschen, wir wollen ein wenig von dem süßen Rübensaft naschen, den die Mutter draußen im Schrank aufbewahrt. Sie merkt es gewiss nicht daran und es sieht ja auch gar niemand. Aber Lieschen sprach, Ei, du bist sehr böse, Görgel, wenn du das tust. Siehst du nicht die Sonnenstrahlen dort am Schrank? Die lässt der liebe Gott hineinscheinen und der sieht's auch, wenn wir naschen. Da sprach Görgel, So wollen wir auf den Dachboden gehen, wo die Mutter schöne Birnen liegen hat, davon wollen wir essen. Dort ist kein Fenster, kann die Sonne nicht hineinscheinen und dort sieht uns also der liebe Gott auch nicht. Lieschen weigerte sich anfangs. Endlich gingen die Kinder doch nach dem Dachboden. Aber hier fielen die gebrochenen Sonnenstrahlen reichlich durch die Lücken der Dachziegel und flimmerten ganz eigentümlich über den Birnen, als wenn sie darauf tanzten. Und Lieschen sprach wieder, Oh, Görgel, auch hier sieht uns der liebe Gott, hier dürfen wir nicht naschen. Sie gingen wieder herunter und auf der Treppe fiel dem Görgel etwas bei, was er gleich aussprach. Ei, im Keller hat die Mutter ein Töpfchen voll Rahm, Sahne, stehen und drunten ist's ganz dunkel. Da kann unmöglich der liebe Gott hineinsehen. Komm, lass uns hinuntergehen. Lieschen, komm geschwind, geschwind. Görgel fasste sein zögerndes Schwesterchen fest an der Hand und zog es schnell mit sich fort, hinunter in den Keller, wo er sorgfältig die Türen von innen zumachte, dass kein Tag hineinscheine und es der liebe Gott nicht sehe, wenn sie von dem Rahmen naschten. Aber nach einigen Minuten wurde es ein wenig Licht im Keller. Lieschen sah, dass durch eine Mauerspalte die liebe Sonne hereinschien und gerade auf das Rahmentöpfchen. Da erschrak das gute Lieschen und ging eilig wieder hinauf in die Stube. Görgel aber blieb, verstopfte ärgerlich die Spalte mit Moos und fing an, von dem Rahm zu essen. Doch wie er im besten Lecken und Schlecken war, rollte ein mächtiger Donner über ihn und der Blitz zuckte durch die Mauerspalte, dass es ganz hell und feurig im Keller war und ein schwarzer Mann stieg aus einer Ecke des Kellers, schritt auf Görgel zu und setzte sich ihm gerade gegenüber. Er hatte zwei feurige Augen, mit denen er fort und fort nach dem Rahmentöpfchen hinfunkelte, sodass Görgel vor Angst keinen Finger regen konnte und dass er ganz still sitzen bleiben musste. Indessen war zum Lieschen-Droben in der Stube ein gar holdes Engelein gekommen, hatte ihm, nebst vielen schönen Spielsachen und Kleidern, auch Zuckerküchlein und süße Milch gebracht und hatte so lange mit Lieschen gespielt, bis dessen Eltern zurückkamen, die mit großer Freude die schönen Sachen betrachteten. Als dieselben nach dem Görgel fragten, erschrak Lieschen, denn sie hatte über den schönen Geschenken von dem Engelskindlein ganz vergessen, dass ihr Bruder im Keller geblieben war und rief nun, Ach du lieber Gott, der ist ja noch im Keller, wir wollen ihn geschwind holen, vielleicht kann er die Türe nicht wieder aufbringen. Alle gingen schnell hinunter, machten die Kellertüre auf und siehe, da saß Görgel noch ganz starr und hielt den Rahmentopf in der Hand. Und wie er das Geräusch hörte und seine Mutter sah, erschrak er heftig und fuhr zusammen und weinte. Und die Mutter nahm ihm den halbgeleerten Rahmentopf aus den Händen, führte ihn heraus aus dem Keller und gab ihm seinen wohlverdienten Plätzer. Der Görgel hat aber in seinem ganzen Leben nicht wieder genascht und wenn später manchmal andere ihn zu etwas Bösem verleiten wollten und zu Taten, die das Licht scheuten, so sagte er immer, Ich tue es nicht, ich gehe nicht mit, der Gott überall sieht's, Gott behüte mich und ist ein durchaus redlicher und braver Mann geworden. Die drei Gaben Es war einmal ein armer Leinweber. Zudem kamen drei reiche Studenten und da sie sahen, dass der Mann sehr arm war, so schenkten sie ihm in seine Wirtschaft hundert Thaler. Der Leinweber freute sich sehr über diese Gabe, gedachte sie gut anzuwenden, wollte aber noch eine Zeit lang seine Augen an den blanken Thalern weiden, sagte daher seiner Frau, die nicht zu Hause gewesen war, nichts von seinem Glück und versteckte das Geld dahin, wo niemand Geld sucht, nämlich in die Lumpen. Als er einmal auswärts war, kam ein Lumpensammler und verkaufte die Frau ihm den ganzen Vorrat für einige Kreuzer. Da war groß Herzleid, wie der Leinweber heimkam und seine Frau ihm erfreut, dass für die Lumpen gelöste wenige Geld zeigte. Über ein Jahr, so kamen die drei Studenten wieder, hofften den Leinweber nun in guten Umständen zu treffen, fanden ihn aber noch ärmer als zuvor, da er ihnen sein Missgeschick klagte. Mit der Ermahnung, vorsichtiger zu sein, schenkten ihm die Studenten abermals hundert Thaler. Nun wollte er es recht klug machen, sagte seiner Frau wieder nichts und steckte das Geld in den Aschentopf. Und da ging's gerade wieder so wie das vorige Mal. Die Frau vertauschte die Asche an einen Aschensammler gegen ein paar Stückchen Seife, als gerade ihr Mann wieder abwesend war, irgendeinem Kunden bestellte Leinwand abzuliefern. Als er wiederkam und den Aschenhandel erfuhr, wurde er so böse, dass er seine Frau mit ungebrannter Asche laugte. Über ein Jahr kamen die Studenten zum dritten Male, fanden den Leinweber fast als Lumpen und sagten ihm, indem sie ihm ein Stück Blei vor die Füße warfen, Was nutzt der Kuh Muskate? Dir, Tropf, Geld zu schenken, wäre dümmer, als du selbst bist. Zu dir kommen wir auch nicht wieder. Damit gingen sie ganz ärgerlich fort und der Leinweber hob das Stück Blei vom Boden auf und legte es aufs Fensterbrett. Bald darauf kam sein Nachbar herein, der war ein Fischer, bot guten Tag und sprach, Lieber Nachbar, habt ihr nicht etwa ein Stückchen Blei oder sonst was schweres, das ich an mein Netz brauchen könnte? Ich habe nichts mehr von dergleichen. Da gab ihm der Leinweber das Stückchen Blei und der Nachbar bedankte sich gar schön und sagte, Den ersten großen Fisch, den ich fange, den sollt ihr zum Lohne haben. Schon gut, es ist nicht darum, sprach der zufriedene Leinweber. Bald darauf brachte der Nachbar wirklich einen hübschen Fisch von ein Pfunder vier bis fünfe und der Leinweber musste ihn annehmen. Dieser schlachtete alsbald den Fisch, da hatte derselbe einen großen Stein im Magen. Den Stein legte der Leinweber auch auf das Fensterbrett. Abends, als es dunkel wurde, fing der Stein an zu glänzen und je dunkler es wurde, je heller leuchtete der Stein wie ein Licht. Das ist eine wohlfeile Lampe, sagte der Leinweber zu seiner Frau. Willst du sie nicht vermöbelieren, wie du 200 Taler vermöbeliert hast? und legte den Stein so, dass er die ganze Stube erhellte. Am folgenden Abend ritt ein Herr am Hause vorbei. Er blickte den Glanzstein, stieg ab und trat in die Stube, besah den Stein und bot zehn Taler dafür. Der Weber sagte, dieser Stein ist mir nicht feil. Auch nicht für 20 Taler? fragte der Herr. Auch nicht, antwortete der Leinweber. Jener aber fuhr fort zu bieten und zu bieten, bis er Tausendthaler bot, denn der Stein war ein kostbarer Diamant und noch viel mehr wert. Jetzt schlug der Weber ein und war der reichste Mann im Dorfe. Nun hatte die Frau das letzte Wort und sagte, siehst du, Mann, wenn ich das Geld nicht zweimal mit fortgegeben hätte. Das hast du doch nur mir zu verdanken. Undank ist der Weltlohn Es war einmal ein armer Bäckergeseller. Der kam mit seinen Herrn in Streit, weil der Geselle immer die Semmeln und Fastenbrezeln dem Herrn zu groß machte und der Herr dieselben stets unchristlich klein haben wollte. Der Geselle war der bravste und ehrlichste Bursche von der Welt und hatte durch seine Heiterkeit und durch Fleiß seinem Meister viel in Zuschlag verschafft. Allein das half ihm alles nichts und der Meister sprach Ich bin der Meister und vor der Tür ist dein. Da seufzte der Bursche Jawohl, Meister, die Semmeln bleiben klein und vor der Tür ist mein. Er schnürte darauf sein Bündel und zog von dannen. Da der Bäckergeselle eine Weile gewandert war, sah er einen Wanderer schwerfälligsten Schrittes und gebeugten Ganges sich entgegenkommen, grüßte ihn und fragte ihn, was er sei und wohin er gedenke. Der Wanderer hatte so viel Freimut, das offen zu bekennen, was so mancher Mann um keinen Preis der Welt von sich sagen würde, indem er sprach, Ach, Freund, ich bin ein armer alter Esel. Lange Zeit habe ich meinem Herrn, einem Müller, treu gedient, die schweren Säcke fort und fort geschleppt, Korn in die Mühle, Mehl aus der Mühle, habe viele Schläge bekommen hin und viele Schläge her, bin darüber alt und kraftlos geworden und darum hat mich der Müller fortgejagt, denn Undank ist der Welt Lohn. Ging's mir doch kaum besser als dir, armes Langohr, sagte der Bäckergeselle, komm, lass uns zusammen wandern, Müllerlöwe, Bäcker und Müller gehören zusammen. Die beiden Reisenden waren noch nicht weit miteinander fortgegangen, als ihnen ein Hund aufstieß, der ganz erbärmlich winselte, denn ihn fror und hungerte zu gleicher Zeit. Er lag am Wege, konnte kaum fort und blickte aus Matten, doch treuherzigen Augen die beiden Wanderer an. Dir scheint es auch nicht zum Besten zu gehen, alter Sultan, oder wie du sonst heißen magst, scheinst für wahr ein kranker Mann zu sein, siehst aus, als wäre dir schon dein letztes Brot gebacken, sprach der Bäcker zum Hunde. Ach, wenn du doch wahr sprähst, seufzte der Hund, wenn doch nur ein Stück Brot für mich gebacken wäre, möchte es immerhin mein letztes sein, dass ich nur nicht hungers sterben möchte. Lange Jahre bewachte ich meines Herrn Haus und Hof, rettete ihm mit Gefahr meines eigenen Lebens das Seine vor der Hand eines Raubmörders, aber nun, da meine Stimme schwach und heiser geworden ist vom vielen Bellen, meine Zähne stumpf sind und meine Morgenstunde nicht mehr Gold im Mund hat, sondern Schlaf, so hat mich mein Herr mit Prügeln von seinem Hause und Hofe hinweggejagt, denn undank ist der Welt Lohn. Du armer Hund, du armer Schlucker, bedauerte der Bäckergeselle, indem er ihm ein Stück Brot reichte, den Hund. Komm, gesell dich zu uns, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Mit neu belebter Kraft durch das Brot schloss sich der Hund den beiden Wanderern an. Wie nun alle drei weiterschritten, erblickten sie auf einem Seitenwege, der von einem anderen Ort her nach der Hauptstraße zog und in diese ausmündete, ein seltsames Pärchen dahergeschritten kommen und blieben vor Verwunderung alle drei stehen. Es waren eine alte Katze und ein alter Gockelhahn, der fast nur noch eine Feder in seinem Schweife hatte. Beide Wanderer waren sehr ermattet und vermochten nicht rasch zu gehen. Als die drei Wanderer mit den Zweien, die ihnen jetzt aufstießen, die Grüße der Höflichkeit gewechselt hatten, klagte die Katze, welche sehr dürr aussah und nicht bloß so aussah, sondern auch wirklich äußerst dürr war, dass sie mit der größten Tätigkeit und voller Fleiß und Eifer die Mäuse im Hause einer Frau weggefangen habe, aber nun, da die Mäuse alle seien und sie, die Katze, alt geworden sei, habe die Frau sich eingebildet, eine Katze lebe stets nur von Mäusen und habe ihr nicht das Mindeste zu essen gegeben. Da nun sie, die Katze, vollends aus Hunger und schrecklichem Durst den Versuch gewagt habe, etwas Weniges aus einem Milchtopf zu naschen, worüber, da die Frau sie bei so tanem Versuch ertappt habe, durch ihren Schrecken und ganz ohne Vorsatz der Milchtopf umgefallen, so sei die Frau wie eine Furie auf sie, die arme unschuldige Katze, losgefahren und habe auf sie losgeschlagen, erst mit dem Besen, hernach mit der Ofengabel und mit der eisernen Feuerzange, so dass Frau Means nur dadurch ihr Leben habe retten können, dass sie durch eine Fensterscheibe hindurchgebrochen, wobei sie sich Nase, Ohren und Füße an dem Glase jämmerlich zerschunden habe. Ach, so schloss die Katze mit einem tiefen Seufzer, undank ist der Weltlohn. Als nun die Katze mit der Erzählung ihres letzten traurigen Schicksals zu Ende war, begann der Hahn zu sprechen und berichtete, wie er allzeit munter und wachsam, auch tapfer, furchtlos und treu auf seinem Hofe gewesen, weil aber das Hühnervolk aus Faulheit und Auflehnungssucht und ganz ohne Sein, des Gockels, Verschulden nicht mehr recht Eier legen wollen und das faule Gesinde, wenn er sich verschlafen gehabt, die Schuld auf ihn geschoben und gesagt, er wecke sie nicht mehr durch sein Krähen, er schlafe selbst zu lange, so sei ein junger Hahn voll Kraft und Mut und Feuer angeschafft worden, der habe ihn alsbald vom Hofe und von den Hennen weggebissen und die Köchin habe gesagt, den alten Gockel kann man nun schlachten, sein Fleisch wird zwar nicht zwischen die Zähne taugen, vielmehr zu zäh sein, aber eine gute Hühnersuppe gibt es doch noch. Als ich das hörte, schloss der Hahn betrübt seine Erzählung, beschloss sich auszuwandern und stieß unfern des Dorfes, wo ich wohnte, auf meine Gefährtin, die Katze. Wir klagten uns unser gemeinsames Leiden und seufzten oft. Undank ist der Weltlohn. Den guten Bäckergesellen rührte gar sehr das traurige Schicksal dieser Tiere, das mit dem Seinigen einige Ähnlichkeit hatte, und er beschloss, ihre Gesellschaft beizubehalten und zu sehen, ob ihm vielleicht Gelegenheit würde, zu prüfen, ob die Tiere nicht dankbarer seien als die Menschen, denn er hatte einmal ein Märchen gelesen, betitelt »Die dankbaren Tiere«, dessen er sich noch gar wohl erinnerte und worin die Dankbarkeit mehrerer Tiere gegenüber der des Menschen geschildert war. Da nun die kleineren Tiere sehr schlecht auf den Beinen waren, der Hahn als bespaunter Ritter große Märsche nie gemacht hatte, der Katze die zerschundenen Pfoten, in denen noch einige Glassplitterchen steckten, heftig schmerzten und dem Hunde alle Knochen im Leibe wehtaten, so redete der Bäcker dem Esel lieblich zu, er möge doch den Hund auf sich reiten lassen und der Esel sagte, »Ja, meinetwegen. Der Hund ist noch lange nicht so schwer als drei Säcke Korn, auch nicht so schwer als einer. Auch rühmte mein Müllermeister stets, wenn er frühmorgens, nachdem er abends vorher zu viel getrunken, den Katzenjammer hatte, man müsse Hundshaare auflegen, Hundshaare seien sehr heilsam. Also sprach der Esel. Der Hund kletterte auf seinen Rücken, setzte sich fest und lachte seit langer Zeit zum ersten Mal wieder und sprach, »Daheim schlief ich immer bei dem Pferde. Jetzt trifft an mir das Sprichwort zu, er ist vom Pferde auf den Esel gekommen. Nun aber wirst du die Katze tragen,« sagte der Bäckergeselle zum Hunde. Dies war dem nicht ganz lieb. Er schabte sich mit seiner rechten Vorderpfote hinter dem linken Ohre und antwortete, »Wöchtest du nicht, dass wir uns miteinander vertragen werden wie Hund und Katze?« »Nein,« meinte der Bäckergeselle, »Ihr müsst euch gut und anständig betragen, denn das Sprichwort sagt, die Katze kommt über den Hund. Darauf tat die Katze zwei Sätze, einen auf den Esel und den zweiten auf den Hund, lachte und rief, »Das Sprichwort sagt, kommt man über den Hund, so kommt man auch über den Schwanz.« Nun wollte der Hahn auch aufsitzen, und zwar auf die Katze. Die machte aber einen garstigen Katzenbuckel und sagte, »Es steht nirgends davon geschrieben und es ist auch kein Sprichwort darüber vorhanden, dass den Hahn mit der Katze in Verbindung bringt. »Tu es nur und wer es mir zuliebe?« redete der Bäcker zu. »Gut, ich will es tun, aber unter folgenden drei Friedensbedingungen. Erstens muss er sich ganz anständig aufführen, da ich ein Tier bin, welches die Reinlichkeit über alles liebt. Zweitens darf er mich nicht krallen, sonst kralle ich ihn wieder, denn es steht geschrieben, »Wie du mir, so ich dir.« Eheleidigt mein Zartgefühl und verletzt meine Nerven. Ein ganz anderes wäre es, wenn er, der Hahn, so wonnevoll und wunderschön zu singen verstände, wie ich, zumal in März- und Maimundnächten, in denen vor meinen melodischen Gesänge selbst die hochgepriesenen Nachtigallen verstummen und mir bewundernd zuhören, was eine allbekannte Sache ist. »Ia!« schrie der Esel, »dieses hat seine Richtigkeit.« »Akio, so, non?« »Auch ich bin ein Gesangsvituose, aber die Nachtigall ist ein neidischer Vogel, das hat schon ein berühmter deutscher Dichter des Namens Bürger ausgesprochen, denn dieser schrieb, »Es gibt viele Esel, welche wollen, dass Nachtigallen tragen sollen, des Esels Säcke hin und her, ob nun mit Recht, fällt mir zu sagen schwer. Dies weiß ich, Nachtigallen wollen, nicht, dass die Esel singen sollen. Und so werden Nach diesen Wechselreden kam der Friedensvertrag zustande, nach dem Sprichwort »Eintracht macht stark, dass der Esel den Hund, der Hund die Katze, die Katze den Haar tragen solle, doch nur auf ihrem Buckel, nicht auf dem Kopfer. Und es war lustig anzusehen, wie sich die Viere nun so einträchtig betrugen. Mittlerweile stellte sich die Nacht ein. Hunger und Durst hatten sich indessen schon früher bei den vier Wandergefährten eingestellt, Dach zur Einkehr und Labung. Der Weg führte durch einen unwirtbaren Wald. Endlich spitzte die Katze die Ohren und rief »Ich höre von Ferne einen Lärm, der fast wie der Jubel eines Gelages klingt.« Da schnupperte der Hund mit seiner Nase in die Luft und sprach »Ich rieche schon den Braten« und der Esel stimmte bei »Ich schmecke schon im Voraus die gute Abend Mahlzeit und die Süßigkeit der Nachtruhe.« »Freunde«, rief der Bäckergesell, »das ist alles recht schön und gut. Ich fühle ganz eure angenehmen Empfindungen. Allein der Katze hören, des Hundes riechen, des Esels ahnungsvolles schmecken und mein Fühlen hilft uns nicht, wenn wir nicht sehen, wohin wir uns wenden sollen.« Als der Hahn diese Rede vernahm, flog er vom Rücken der Katze hinweg auf einen Baum und krähte fröhlich, »Kikiriki!« »Ich sehe ein Haus, darin alle Fenster Licht hell sind und darin sicherlich ein Schmaus gehalten wird. Kikiriki!« »Wohl an!« rief der Bäckergeselle, »dorthin wollen wir uns wenden!« Und rasch nahm der Hahn die bisher behauptete hohe Stellung auf dem Rücken des Katzenbuckels wie ein historischen Pyramide nach jenem Haus, das der Hahn gesehen hatte, welches mitten in einer tiefen und trostlosen Einöde lag, von Raum, Wald und steilen Felsen umgeben und all wo es grausig und unheimlich war. Dieses Haus war ein einsames Waldwirtshaus, nur von einem Wirte bewohnt und man wusste darin, was man bisweilen nicht weiß, sehr genau, nämlich wer Koch oder Kellner sei, weil der Wirt beide Würden in seiner eigenen Person vereinigte. Wenn aber jemand ärztlich Hunger hat, so fragt er weder nach Heimlichkeit noch nach Unheimlichkeit eines Hauses, sondern geht geradezu. Nun wurde in diesem Hause wirklich ein Fest gefeiert. Die Füchse hielten allda eine Hochzeit und auf dieser ging es hoch her. Es fehlte nicht an allerhand Braten und sonstigen Welch ein Schreck entstand aber, als die Wandergesellschaft plötzlich in die Festhalle trat und mitten unter die Generalversammlung der Beisassen des Hochzeitsmahles. Durch Fenster und Türen gab es alles Fersengeld, selbst der Wirt entfloh, denn derselbe dachte, der Teufel käme leibhaftig in Gestalt eines grotesken Monstrums oder Wundergeschöpfes und den Bäckergesellen hielten die Füchse für einen wilden Jäger. Hinter dem Hause war eine recht schaudervolle Stelle, an welcher die Füchse insgemein einander Gute Nacht sagten. Dies taten sie denn nun auch heute, ganz besonders betrübt und zerstreuten sich in die Büchse. Der Wirt aber wusste gar nicht, was er außerhalb seines Hauses beginnen sollte. Umso besser aber wussten seine fünf ungebetenen Gäste, was sie innerhalb desselben und gegessen hatte, suchte jeder Gast die für ihn geeignete Schlafstätte. Der Bäckergeselle legte sich in das Bette des Wirtes. Die Katze wählte die Ofenbank, der Hund die Türschwelle vor der Kammer, in welcher sein Schutz her schlief. Der Hahn klomm die Stiege des Hühnerhauses hinan, und der Esel trabte bedächtig dem offenen Stalle zu. Alle befanden sich, jedes an seinem Orte völlig wohl. Nun aber kam der Wirt geschlichen. Der wollte doch sehen, wie es um sein Hauswesen stehe, ob es überhaupt noch stehe, und ob sich mit dem bösen Feinde, der daran Besitz genommen, nicht ein Abkommen und Übereinkommen treffen lasse. So wie der Wirt aber in seinen Hof trat, krähte der Hahn. Davon erwachte der Hund, und als der Wirt in den Flur des Hauses trat, biss ihn der erstere tüchtig in das Bein. Der Wirt flüchtete in die Stube, da fuhr die Katze fauchend auf ihn ein und kratzte ihn. Eiligst entfloh der Wirt und suchte im Stalle Schutz. Da stand der Esel und feuerte hinten hinaus und schlug den Wirt, das ihm gar wehe ward. Er wieder von Dannen rannte und den letzten Füchsen in des Häuschen Nähe sein Leid klagte. Als nun Tag geworden war, so erwachte der Bäcker und die Tiere erzählten ihm, was es in der Nacht noch zwischen dem Wirt und ihnen für ein Spektakel gegeben habe und wie schlimm jenen von ihnen mitgespielt worden sei. Der Bäcker tadelte dieses feindselige Benehmen gegen den rechtmäßigen Besitzer des Waldhäuschens und entsandte den Hund, den Wirt zu suchen und herbeizubringen. Da nun der Wirt mit Zittern und Beben wieder erschien, so entschuldigte der Bäckergeselle sich höflich für das Vorgefallene und sagte, er sei mit seinen Tieren gar nicht in feindseliger Absicht gekommen, es hätte niemand davon zu laufen gebraucht. Der Wirt sollte die Wirtschaft in dem Gänzlich in Ruhe bleiben, Krähen oder nicht Krähen dürfen, wie es ihm als wohlbestallten Emeritus gefalle. Der Esel solle im Stalle Gnadenheu und Gnadenhafer erhalten und gute Stroh zur Streu, falls er sich wälzen wolle oder auch zum Spaziergang eine grüne Wiese. Die Katze solle durch ihre würdige Haltung Mäuse und Ratten in gehöriger, respektvoller Entfernung vom Hause halten und alle Tage weg und Milch speisen. Der Hund aber solle und dürfe, solange es ihm beliebe in der Sonne liegen und mit dem Monde sprechen. Der Bäcker aber wolle für alle arbeiten, das Brot backen, dem Wirte beim Bier brauen und Biertrinken helfen, auch den Küchengarten bestellen und mit gekochtem Essen umgehen. Das waren alle Beteiligten wohl zufrieden. Böchengarten Schmacke Dusen und Löffelkraut, Hahnenkamm, Katzenpfötchen, Hundezunge und Eselgurken und alle lebten fortan vergnüglich beisammen und vergaßen den schnöden Lohn der Welt, den schnöden Undank. Die Wünschdinger Es war einmal am Nordlandsmeere ein Seekönig, der gebot über vieles Land und viele Schiffe und hatte drei Söhne, die zu ihren Jünglingsjahren gekommen waren. Die sollten nun hinaus in die See, tapfere Taten tun, Mut erproben und gut erwerben. Da ließ der König drei neue, große, stattliche Schiffe bauen und wohl bemannen und ausrüsten, schenkte jedem seiner Söhne eines dieser Schiffe und fragte nun den Ältesten. Was gedenkst du zu beginnen mit dem Schiffe, das ich dir schenke? Damit, mein Herr Vater, antwortete der älteste Seekönigs Sohn, gedenke ich weit übers Meer nach Osten zu fahren und Schätze zu gewinnen von fernen Küsten und Inseln. Wohl getan, sprach der König, fahre hin und fahre wohl. Hierauf fragte er seinen zweiten Sohn, was gedenkst du mit dem Schiffe zu tun, das ich dir schenkte? Damit, mein Herr Vater, antwortete der mittelste Seekönigs Sohn, gedenke ich weit übers Meer gehen Westen zu fahren, neue Lande und Inseln zu entdecken und von ihren Schätzen ein gutes Teil heimzuführen. Wohlgetan, sprach auch zu diesem Sohne der König, fahre auch du hin und fahre wohl. Nun wandte sich der König zu seinem dritten Sohne und fragte, was gedenkst du mit dem Schiffe zu tun, das mein gnädiger König, Herr und Vater, antwortete der jüngste Seekönigs Sohn, damit auf Abenteuer auszuziehen und mich eures hohen Namens und eurer Liebe würdig zu zeigen, wohin mich auch mein Fahrzeug getrage. Diese Antwort überraschte den König, weil er sie nicht so erwartet hatte, doch ließ sich nichts dagegen sagen. Er sprach daher, soll mich freuen, fahre hin und fahre wohl. Nun wurde ein Abschiedsbankett gehalten und darauf gingen die drei Königssöhne zur See. Eine Zeit lang fuhren sie mit ihren drei Schiffen gemeinschaftlich zusammen, als sie aber in die hohe See kamen, da trennten sie sich, nach Osten, Westen und Süden. Der Nach-Osten fuhr kam in das Silberland, allwo es Rubel schneite und füllte sein Schiff mit Silber, soviel es zu tragen vermochte. Der Zweite, der nach Westen gesegelt war, hatte eine ungleich längere Fahrt, kam aber in das Goldland, das man Eldorado nannte und es gelangte ihm, sein ganze Schiff mit Golde zu befrachten, soviel es immer tragen konnte. Beide Brüder fuhren, der eine mit einem Silberschiffe, der andere mit seinem Goldschiffe, wieder heimwärts nach ihres Vaters Schlosser, allwo sie wohlbehalten wieder anlangten und freudig empfangen wurden. Der dritte Bruder, der nach Süden gesteuert war, fand weder ein Silberland noch ein Goldland, überhaupt schier gar kein Land und schon gingen auf seinem Schiffe die Nahrungsmittel aus. Endlich gewahrte er von fern einen kleinen dunklen Punkt, auf den er lossteuerte und hoffte mit Zuversicht, dort mindestens ein Brotland zu finden, aber als er näher kam, sah er, dass es eine Wüste Insel war, von Korallenriffen umgeben, voll steiler, schroffer Klippen und unwirtbaren Felsen. Es war das Hungerleiderland, mindestens, wenn es auch nicht so hieß, denn es schien von gar niemand bewohnt zu sein, stand auch auf keiner Land- oder Seekarte, nannte der Königssohn diese unwirtbare Insel so, nachdem er drei Tage auf derselben herumgeirrt war, für sich und seine Mannschaft Nahrung zu entdecken und nichts gefunden hatte. Vor Hunger fiel er am dritten Tage um und lag in Ohnmacht. Aus dieser Erwachend sah er eine holde Jungfrau vor sich stehen, die ihn mit Anteil betrachtete und ihn fragte »Wer bist denn du und wo kommst du denn hierher? Ach, ächzte der Königssohn »Wäre ich doch lieber nicht hierher gekommen. Ich bin ein Prinz, der nichts zu essen hat und komme um vor Hunger. »Ei, wenn dir sonst nichts fehlt, dafür kann ich schon tun. Folge mir, Prinz«, sprach das Mädchen und dem Königssohne klangen dessen Worte wie Musik. Seine junge Führerin brachte ihn zu einem Häuschen, in welches beide eintraten. Da saß ein altes Spinnfrauchen und war fleißig am Rocken und das Mäcklein sprach zu der Alten »Liebes Mütterlein, hier ist ein junger Prinz, der Hunger hat, wollen ihn essen und trinken lassen. Mit Nächten, denk nicht daran, entgegnete die Alte. Wünschtüchlein ist wohl im Schreine verschlossen, gib's nicht heraus, nicht heraus! Aber da fing die Tochter der Alten an zu weinen und sich kläglich zu gebärden und rief »Ich hab's ihm doch versprochen, ich muss ihm Wort halten, bitte, bitte, bitte schön, gib das Wünschtüchlein heraus!« Darauf schloss die Alte einen Schrein auf und brachte ein Leinentüchlein hervor, das war wundersam künstlich ausgenäht, nach uralter Art und hatte gesteppte Fransen. Das bereitete die Alte auf den Tisch und murmelte die Worte »Deck dich, mein Wünschtüchlein, für einen Mann mit Speis und Wein!« Kaum hatte sie das gesagt, so stand und lag auf dem Wünschtüchlein Brot und Salz, Weizbraten und andere Braten, gekochter Blaukohl und Andrakohl, eine Flasche Wein nebst Glas und Messer und Gabel. So gut wie es ihm diesmal schmeckte, hatte es dem die Gesundheit seiner beiden Wohltäterinnen und ging nach seinem Schiffe zu, um ehebaldigst weiterzufahren. Da kam ihm das junge Mädchen nach und rief »Nimm mich mit, ich sterbe ohne dich!« Er aber antwortete »Liebes gutes Kind, mitnehmen kann ich dich nicht, ich würde dich nur ins Verderben führen. Geht es mir aber wieder gut, so komme ich und hole dich ab. »Nun so koche es so, wie du es meine Mutter hast brauchen sehen, verwahre es gut und vergiss nicht.« Der Königssohn nahm hocherfreut das werte Wünschding in Empfang und ging auf sein Schiff, wo die Mannschaft kläglich Gesicht erschnitt vor eitel Hunger und schon davon mummelte, das loszuwerfen und einen aus ihrer Mitte in Braten und Kochwildbrät zu verwandeln. Der Königssohn aber lachte, ließ eine große Tafel auf das Verdeck schaffen, breitete das Tüchlein darauf und sprach, »Decke dich, mein Wünschtüchlein, für all die meinen mit Speis und Wein.« Da machte die Mannschaft einmal Augen, wie die Tafel sich füllte mit Schweinebraten und anderem Braten, Gartensalat und Gurkensalat, Kuhkäse und anderem Käse, Portwein und anderem Königssohn ebenfalls untersuchte. Er fand sie gleichfalls unbewohnt und unwirtbar, wurde vom Umherwandern hungrig und müde, setzte sich daher an einen passenden Ort auf den Rasen, breitete sein Wünschtüchlein aus und nahm eine Mahlzeit ein. Da kam auf einmal ein Mann gegangen, der blieb verwundert stehen und sprach, »Weh, ihr Speisetier voll auf, und ich, der ich vom ließ sich das Tüchlein von frischem decken, erzählt auch dem Manne, wie er zu dem selben gekommen sei. »Ach ja,« sagte der Fremde, »es gibt solche Wünschdinger, nicht alle helfen einem aber etwas. Seht hier meinen Stab, das ist auch ein Wünschding. Drehe ich den Knopf ab und sage, Hundert oder Tausend oder Hunderttausend Mann zu Fuß oder zu Pferde, so sind sie da unten und tun was ich will und drehe ich den Knopf wieder auf, so sind sie hinweg. Was habe ich aber davon? Was nützen mir Kriegsmannschaften, wenn ich sie nicht ernähren kann? Soldaten wollen auch leben und wenn man selbst nichts hat, wie dann? Da lob ich mir ein braves Wünschtüchlein, um das gäbe ich gleich den Wünschelstab. Nun, da könnten wir tauschen, wenn es euch recht wäre, sprach der Königssohn. Ihr kommt in der Tat meinem heimlichen Wunsche zuvor, edler Freund, rief erfreut der Fremde und der Tausch erfolgte auf der Stelle, worauf die beiden sich trennten. Aber nach einer kleinen Weile drehte der Königssohn den Stockknopf ab und rief Hundert Mann zu Pferde. Da rasselten die Tüchlein wie der Wind war sie zurück und schwenkte das Tüchlein als Standarte. Da breitete der Prinz das Kleinod aus und rief Deck dich mein Wünschtüchlein für Hundert Mann mit Speis und Wein und er ließ die Mannschaft sich satt essen und satt trinken wofür sie ihn hoch und abermals hoch und noch einmal hoch leben ließen. Hierauf bedankte sich der Stockknopf wieder auf und als bald verschwand die Mannschaft. Hierauf begab sich der glückliche Besitzer der zwei Wünschdinger wieder auf sein Schiff, fuhr weiter und landete am nächsten Tag an einer dritten Insel, auf welcher er wieder umher ging, Abenteuer zu suchen. Auf dieser Insel begegnete ihm ein altes Frauchen, das war in einem bunten Mantel von lauter einzelnen Lappen zusammengesteppt, gehüllt und sah sehr elend aus und ächzte, ach, ich falle bald um vor Hunger und Durst, ich habe seit zwei Tagen nichts genossen, habt ihr nicht etwas Brot bei euch? Nein, altes Mütterlein, antwortete der Prinz, mit Brot trage ich mich nicht, möchtet ihr nicht sonst etwas haben von Nahrung, ich kann euch geben, was ihr wünscht. Ei, Da zog der Königssohn sein Kleinod hervor, breitete es aus und sprach, decke dich, mein Wünschtüchlein, für uns zwei mit Kaffee, Frühstück und Wein. Da deckte sich das Tüchlein mit Tassen und Tellern, mit Kaffeekännchen, Sahnekännchen und Milchkännchen, alles warm mit Semmeln und Kuchen, Brottorte und Biskuit-Torte, mit Rohrzucker und Kandiszucker, mit Butter und Honig, mit westfälischem Schinken und pommischer Gänsebrust, mit Malakwein und Zyperwein. Da lachte das alte Frauchen im ganzen Gesicht und schlägte, was das Zeug hielt, und wurde ganz lustig und warf ihren Mantel in die Höhe. Da flogen alle Läppchen einzeln auseinander und fielen ringsumher auf die Insel, und wo ein gelbes oder rotes Läppchen hinfiel, da stand ein stattliches Schloss oder eine Villa, wo ein grünes lag, wurde ein Park, wo ein blaues, so ein schöner See, da war auf einmal die öde Insel in ein Paradies verwandelt. Das gefiel dem Königssohn über die Maßen wohl, und er sprach zu dem Frauchen, Um dieses Kleinod, wie euer Mantel ist, könnte ich euch für wahr beneiden. Ja, ja, es ist recht hübsch, erwiderte die Alte, wenn nichts weiter darin ist als Wasser, was der größte Park, wenn das Wild darin nicht gebraten ist, und was das herrlichste Schloss, wenn man im selbigen keinen Kaffee und nichts zu schnabulieren bekommt. Euer Wünschtüchlein wäre mir trauend fast lieber. So lasst uns die Wünschtinger tauschen, schlug der Prinz vor, und das war die Alte gleich zufrieden, klatschte in die Hände, da wurden die Schlösser, die Parks, die Seen, alle wieder bunte Läppchen und setzten sich als Mantel zusammen. Den gab das Frauchen in das Prinzenhand und nahm erfreut aus der Seinen das Wünschtüchlein. Sie war noch nicht weit, so schraubte jener wieder den Knopf von seinem Wünschelstabe ab, befahl hundert Mann und sein Tüchlein wieder, und auf der Stelle wurde sein Befehl vollzogen. Hierauf begab sich der Königssohn wieder auf sein Schiff und segelte weiter. Am nächstfolgenden Tage wurde abermals eine südliche Insel entdeckt, auf welcher der Königssohn umherstrich. Er fand keine Schätze darauf, ging sich jedoch müde und schlummerte an einer schönen Stelle in einem Wäldchen ein. Da weckten ihn wunderschöne Violinseitenklänge. Er erhob sich und sah über sich auf einem Felsen einen Geigenspieler sitzen, den er grüßte und ihm seinen höchsten Beifall bezeugte. Der Violinist nahm die Anerkennung des Königssohnes als eine wohlverdiente Huldigung sehr artig auf. Er sagte, Ich freue mich, dass ihr ein so richtiges Urteil und einen so guten Geschmack habt. Die Geige ist die Königin aller Instrumente. Wer nicht geigen kann, ist ein Tropf und ich bin hinwiederum der König aller Geigenspieler. Alle Violinisten der ganzen Welt sind nur Stümper gegen mich. Wenn ich auf einer einzigen Seite nur streiche, man nennt sie die G-Seite, so werden die Menschen verrückt und verzückt, schließen die Augen, fallen vor Wonne um und werden hin. Wenn ich aber die A-Seite streiche, so kommen sie wieder zu sich und schreien alle Ah, ah, und werden wütend vor Entzücken und Nachheit und gebärden sich, als ob die Erde und die gesamte Menschheit nichts Edleres, Besseres und Erhabeneres hervorbringen könne, als solch ein bisschen Ohren und Sinnen kitzeln, weshalb ich auch die Narren alle tief verachte und mich mit meiner Geige, nachdem ich mich mit Gold und Schätzen von dem dummen Volk überhäuft worden bin, in diese Einöde zurückgezogen habe, wo ich nur mir selbst lebe, mich selbst höre und mich anbete. Denn eigentlich bin ich ein Gott. Mindestens ist mir das, als ich mich früher vor den Völkern hören ließ, häufig zugeschrien worden. Absonderlich vor verzückten Frauen, die nicht wussten, dass meine Geige eine Wünschelgeige ist, auf welcher sich alles, was ich im Sinne habe, das erhabenste, kühnste, zarteste, fantastischste und tollste von selbst abspielt, sobald ich es nur wünsche. Das lässt sich in jeder Beziehung hören, sprach der Prinz. Für wahr, ich verstehe euch und eure Geige, doch würdet ihr mich zu sehr zu Dank verpflichten, wenn ihr mir einen Imbiss reichen wolltet? Ich bin hungrig und durstig und fand auf dieser Insel nicht das mindeste genießbare. Oh Mann des Erdentumes, rief der Geiger, also meine Töne zu hören, war euch kein Genuss? Nach irdischem nur steht euer Sinn und Begehren? Wahrhaftig, ihr tut mir leid. Zu essen und zu trinken gibt es hier kaum hinreichend so viel, als mein schwacher, irdischer Leib selbst bedarf. Gar zu gern möchte ich einmal wieder ein Glas Champagner trinken, der sonst an meiner Künstlertafel in Strömen floss, wenn die, welche mich bewirtet, mich vergötterten. Davon ist hier keine Rede. Hm, hm, machte bedenklich der Königssohn, so ist es doch gut, dass es außer den Euren noch andere schöne Künste gibt, die weil zwar die Vituosen, aber nicht die Menschheit von Tönen zur Genüge satt werden. Ich zum Beispiel bin ein Esskünstler, ein Koch, und da es euch hier an guten Sachen gebricht und ihr mich so schön erquickt habt, so will ich euch nun auch meine Kunst sehen lassen und lade euch bei mir zu Gaste. Wo denn, fragte der Geiger, gleich hier zur Stelle, antwortete der Prinz, zog sein Kleinod, breitete es aus und sprach. Decke dich, mein Wünschtüchlein, für zwei Künstler mit Frühstück und bestem Wein. Da entwickelte das Tüchlein eine Tugend wie noch nie. Da kamen Lachs und Kaviar, Sardinen und Anchovies, Bremer Bricken und frische Matjes-Heringe, Hummer und Austern auf den Tisch und Seleri-Champagner, Weinster Burgunder. Geres und Syracusa kamen zum Vorschein und die beiden ließen es über die Maßen schmecken und der Geiger wurde ganz fidel, schenkte sein Glas voll Champagner, das es stärker überschäumte, stieß mit dem Prinzen an und jauchzte. Sollst leben, Koch, sollst mein Bruder sein, Bruder, du bist auch ein Gott. Das kann ich alle Tage haben, lachte der Königssohn. Alle Tage? leilte der Vituose. Höre, Bruder, lass uns tauschen, gib mir das Wünschtüchlein, gib mir die meine Geige dafür, lag ein, Bruderherz, alle Tage, juhu, alle Tage, ein Gott, ein Götterleben. Der Königssohn ging den Tausch ein, nahm die Geige, gab das Tüchlein und ging. Der Geiger nahm das Tüchlein, verwechselte es in seiner Götterseligkeit mit einem Nastuch, schneuzte sich hinein, stolperte, fiel und entschlief und es war an einem einzigen Manne genug, den der Königssohn sandte, das Tüchlein wieder von ihm zu holen. Jetzt beschloss nun der Prinz, die Heimreise anzutreten. Dieselbe ging ganz glücklich von statten und nach langer Fahrt wurde die Küste, die zum Lande des Seekönigs gehörte, erreicht und der Prinz gelangte in die Nähe des Schlosses seines Vaters. Da es aber bereits Nacht geworden war, so wollte er keine Störung veranlassen, sondern suchte sich im Wildpark nahe dem Schlosse ein schönes Plätzchen, allwo er sich niederlegte und schlief. Am nächsten Morgen hatte der König eine Jagd im Wildparker anberaumt, um für seine Tafel einen Hirsch, einiges Dammwild und einige Fasanen, die sich überflüssig vermehren, zu schießen. Da witterten die Jagdhunde im Parke einen Fremden und stürmten kliffend und klaffend nach dem Baume, unter dem der Schläfer lag. Da sie aber nahe kam, rochen sie ihm gleich an, dass er der Königssohn war, ein Kunststück, das nur Hundenasen möglich ist, und schweifwedelten, schlugen Purzelbäume vor Freude, wälzten sich im Grase und trieben ein tolles Wesen. Der König hörte den Hundelärm und kam nun selbst zum Baume und fand, dass sich all dort sein jüngster Prinz vom Schlummer erhob, von den Hunden auf das Freudigste, bewillkommnet. Aber der König war keineswegs erfreut über das Aussehen seines jüngsten Prinzen. Vielmehr sagte er, »Ei, siehe, da bist du ja wieder und schaust aus wie einer, dem die Hunde das Brot genommen. Ich vermeine nicht, dass du Schätze erworben und mitgebracht, und lebte doch seither die frohe Hoffnung, dass du, indem dein ältester Bruder in das Silberland, der zweite in das Goldland gekommen, in das Diamantenland gelangt seist und von dort mit reicher Fracht zurückkommen würdest, was mir Freude gemacht und dem Lande zum Nutzen gedient hätte. Denn ich bin in einen schändlichen Krieg verwickelt mit dem Nachbarn meines Reiches, der mich hart bedrängt und mir bereits viele Orte und Schlösser zerstört hat. Alles Silber und alles Gold, welches deine älteren Brüder mit zur Heimat gebracht, ist aufgegangen für Rüstung und Erhaltung meines Kriegsheeres, und dieses Kriegsheer ist in mehreren Schlachten schon geschlagen worden, sodass die nächste Aussicht die ist, dass unser Feind mein Reich ganz erobert und uns vom Throne und Lande jagt. Solches wird nicht sein, mein gnädigster König, Vater und Herr, erwiderte der jüngste Prinz. Wir werden diesen Dingen eine neue Wendung geben. Lasset uns nur gleich aufbrechen nach dem Lager des Feindes, ohne alle Mannschaft. So? sagte der König und seine älteren Söhne. Wir sollen uns selbst dem Läuen in den Rachen liefern? Du bist wohl unter die Mittagslinie gefahren und die Äquatorsonne hat dir dein Hirn verbrannt. Etwas verrückt bist du jedenfalls geworden. Selbiges wird sich zeigen, sprach der jüngste Königssohn. In dem so kamen Eilboten mit der Nachricht, dass der Feind mit starker Heeresmacht von drei Seiten zugleich eingefallen sei und im raschen Anmarsch begriffen. Und da meinte der König und seine beiden älteren Prinzen, es bliebe somit nur die vierte Seite zur Flucht übrig. Davon wollte aber der jüngste Prinz nichts hören. Vielmehr bat er jene, sie möchten nicht so sehr eilen, schraubte den Stockknopf ab und gebot. Hunderttausend Mann zu Ross und zu Fuß, treibt den Feind zu Paaren und reibt ihn auf wie Schnupftabak. Da wurde die ganze Gegend von streitbarer Mannschaft überwimmelt, dass der König sich nicht genug wundern konnte. Und nach einer Stunde war nicht nur kein Feind mehr im Lande, sondern auch das Land des feindlichen Nachbarn völlig erobert. Hierauf bereitete der Königssohn sein Wünschtüchlein aus und sprach, nun feiern wir das Siegesmahl. Decke dich, mein Wünschtüchlein, für hunderttausend Mann mit Speis und Wein. Da wurde abermals gehörig eingehauen und das Traumblut floss in Strömen. Zur Festfreude gehört nun auch Musik, rief der Prinz. Man veranstaltete ein großes Konzert. Ich werde mich populär machen und mich selbst hören lassen, und zwar zum Besten der Armen. Solches geschah. Der Prinz gab ein Violinsolo zum Besten. Erst spielte er etwas Allgemeines, wodurch er allgemeinen Beifall errang, dann etwas Besonderes, das ihm ganz besonderen Beifall erregte, dann auf der G-Seite, davon alles hinwurde, dann auf der A-Seite, dadurch alles A und Bravo schrie. Der König, seine älteren Prinzen und sein ganzer Hofstaat kamen vor Erstaunen und vor Verwunderung gar nicht zu sich selbst. Desto mehr blieb der jüngste Prinz bei sich. Er sagte, lasset uns, was der Feind zerstört hat im Lande, schöner wiederherstellen. Lasset uns unser tapferes Heer in guter Kriegsbereitschaft erhalten. Lasset uns auf Landesverschönerung denken. Dadurch heben wir das Landesflor. Und zog den Wünschmantel hervor und warf ihn in die Luft. Da wurde das ganze Land voll neuer Schlösser und Villen und Parks und Seen, und dann wurden aus einigen Schlössern schöne Kasernen gemacht. Da kamen die Soldaten hinein und in die Villen die Obersten und Hauptleute. Und hernach gab sich alles Übrige von selbst. Mit dem Wünschtüchlein schaffte der Prinz dem Lande Nahrung und Wohlstand. Mit dem Wünschelstabe, den er Generalstab nannte, schaffte er ihm eine selbstbewusste Macht und zugleich Respekt von Seiten der Nachbarn. Mit dem Wünschmantel hob er das Land zur Blüte und dadurch Handel und Gewerbe und dadurch nun ein wohlerhabendes Bürgertum. Und mit der Geige förderte er die schönen Künste und hob den Geschmack, indem er zugleich den einseitigen und einseitigen Ungeschmack steuerte. Zugleich fuhr er hinweg, holte jenes Mäktlein von der einsamen Insel, die ihm zuerst sich so gut und hilfreich erzeigte, und erhob sie zu seiner Gemahlin, indem er sagte, sie hielt mir Wort und mir Ziemet auch ihr Wort zu halten. Ach, wenn doch alle Prinzen solche Wünschdinge hätten und für diesen Fall so guten Gebrauch von ihnen machten, wie dieses Muster vom Sohne eines Seekönigs. Schade, dass derselbige nicht ein Landkönigssohn war. Untertitelung des ZDF, 2020